Nächsten Freitag beginnt in Hollywood die Produktion von Bluntman & Chronic. Steht darauf, wer uns in dem Film spielen wird? Ganz bestimmt Ben Affleck und Matt Damon. Die dürfen doch jetzt überall mitspielen. Jay und Silent Bob sind da. Ein Jay und Silent Bob Film? Echt? Wir drehen doch wirklich einen Film, der auf euch beiden basiert, Freunde. Was? Und diese beiden Typen aus Jersey haben eine Mission. Wir müssen verhindern, dass dieser bekloppte Film gedreht wird. Komm schon, Silent Bob. Wir gehen nach Hollywood. Falls es ihnen jemals gelingt, dort anzukommen. Komm, nehmt uns keine Sau mit. Weil ihr das alles vollkommen falsch macht. Hey, das machen alle Tramper so. Die erste Regel, die im Buch steht. Möchten Sie sich auch nach dem Buch? Ich lebe mein Leben danach. Leben auch Sie nach dem Buch? Wir haben uns doch mitgenommen. Geht ja nicht anders. Das ist schön. Was machen Sie denn da? Wir behalten unser Ziel im Auge und lassen uns durch nichts davon ab. Meine Freundin und ich fußen gerade so ein bisschen rum. Eine Freundin? Und wo sind die? Verdammt! Pass auf, was du rausposanst, Kleiner. Es sind Damanwesen. Nein! Es dauert nicht mehr lange. Ist Hollywood bereit für Jay und Silent Bob? Hey! Oh Mann! Bis der wahre Jay und der wahre Silent Bob ins Showgeschäft einfallen. Ich find's scheiße, dass in Hollywood alles unecht ist. Und zwar auf die harte Tour. Gut möglich, dass wir's hier mit den zwei gefährlichsten Männern auf dem ganzen Planeten zu tun haben. Geben Sie einen Warnschuss an seinen Arsch ab! Stellt euch da hin und reagiert einfach. Nichts sagen. Das gilt besonders für dich. Auf geht's, Leute! Der Joke war ja ziemlich geil. Das war echt eine gute Idee, Digger. In dieser Montur sind wir total inkognito. Hey, ihr werdet noch fett gebraucht! In dem Film spielt noch ein weißer mit? Scheiße! Wow! Jay und Silent Bob schlagen zurück. Ich denke, George Lucas wird da jemanden verklagen.